ja hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge oder zu einer ersten Folge egal wurscht ja schau mal okay noch mal ist bestellen heute noch die reise gut so ja und wir sind weil ich dachte jetzt noch mal neu angefangen ja und warum und warum sagst du dann und wir sind live am Anfang weiß ich nicht weil ich das ist einfach du hast noch 20 Sekunden Zeit um das gescheit hinzubekommen ja also ich stehe das Ganze ja ich bin wir spielen eine neue also hallo und das war ein paar Ziele in der Säge als vor allem geht es hier an der Gare und mit dem Davido 3 4 5 der Täter ist der links von mir und es geht in jetzt los in jetzt alles raus 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 und habe ich eine Uhr die Uhr ist auch so unnötig eigentlich auch so unnötig ja so wie du ist auch unnötig das musst du gerade sagen der der dieser rote Kerl da ist auch unnötig um die dritte ist rot hat hat ja aber der war komplett rot da wäre eine fast komplette ist mehr gut die Hälfte nein nicht eisen Gold nun sie überdrehen gehst du ganz oben nein die ich nicht da ist nämlich jemand das überleicht ich dir steinswert und ich muss ihn überraschen viel Spaß das ja es komme aber ich habe mich gerade erschreckt ich habe nicht abgedrückt komm und da schnell was kannst du ich habe mich gehört auch ja ich bin es soll ich nicht deckt den Rücken die meisten sind ja und ich habe wieder zwei Level Flaschen hier und da wird war es nicht für den Level gereicht und Prozent normalerweise reicht das genau für ein Level was mein Problem was denn ist die Aufnahme unterbrechen so er war es war es war ich möchte gerade nicht die Aufnahme unterbrechen links von diesem und böse fack 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 so dass wir was wieder zu dir und bist du da hat mich auch an die Schafe oder so ein Käse Schafskäse Schafe oder ach das ist ein Schwein aber ich will mir jetzt mal eine Kiste dann mach ich fertig mach den Schwein fertig ach Eisenbrustpanzer ja schnell ähm da kommt niemand super ich muss dann noch schnell die Kiste oben holen und ja ich habe eine 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 genau so heißt die ja ich muss halt ich muss halt ein bisschen überlegen Moment auch ich komme gleich raus ja ja ich ich ja ich weiß nicht da kommt jemand da kommt jemand ist mich eigentlich verarschen ja ja ich habe es ein Level das ist wirklich nur ein Schwert da ist jemand im im Bahnhof drin Scheiße ich hab schon wieder weggeklickt das gibt's doch nicht da ist ein paar da war ein Bahnhof gerade drin der geht jetzt außen herum kann mich mal der geht nicht außen herum nein der haut ab den kannst du nichts liegen lassen ich lasse ihn aber rechts liegen ja nein ich sehe rechts aber gut da versteckt sich ein Assassine im Baum ich nehme an du weißt nicht was aus zu ziehen äh ich bin nicht blöd ja naja wenn du es ist nicht und dann weiß aber trotzdem was ein Assassine ist was ist dann weiß ich aber trotzdem was ein Assassine ist das soll die Tür aufmachen nein kann ich nicht also ich könnte ja eigentlich theoretisch zu dir Brot mehr kannst du naja ich mach Schärfe 1 warum atmest du immer ich will die ich habe ich auch zu atmen ich möchte nicht sterben man war doch nicht so muss man doch noch die Tür machen ich hab die nicht mehr zugemacht ach so sieht so glaube ich in der Stadt ist Prozent Prozent aufzarten Schildsdorf aufs ZDF n ich gehe es über die über die Strom Leitung ich muss ja noch sagen sonst kommt der Welt gut schweißer es heißt nicht die Strom es heißt der Strom und das hat er ist das kein Strom sondern eine Stromleitung um um nenn ich was sie nicht helfen die nicht Oberleitung Oberleitung ich nenne die aber Stromleitung ja er ist eh nicht falsch na also die hat das drückt ja da ist sogar noch was trennen Steinachs das ist mit der Steinachs die Hälfte geben können die noch in das andere noch auch sagt doch da ist doch gar nichts sonst sich ja da ist ja immer die Kiste gewesen alle wo hier oben wo oben da hat so das ist nicht nicht ja warte ich muss ganz zufälligerweise erst noch hier raus kommen ja da kommst du sowieso immer hin wo denn im ersten Waggon nach anderer andere es ist ja eh der Zweiter es ist der Zweiter ach hier wenn es der dritte glaube ich jedenfalls nach wo er steht ja natürlich kommt dann an Nummer zwei XP Flaschen oder sie ist ich siext oder das ist es ist nachdem nur was wir schon sterben oder so ich muss nicht an die Aufnahme werden muss man nicht anschauen das ist schnell sterben das willst du eigentlich ich kann ja sagen wo man sich sieht das kann ich jetzt machen nein das wird auch langweilig wir können ja mal was lustiges machen ja so ein sohn und der Modell Mister Hans wo ich sag immer noch nicht ganz was mir scheißegal dass du da wie du heißt Prozent ja schön das ist jetzt wieder so lieblich gewesen es ist mehr scheißegal so heißt jetzt Mr. Hans Wurst ob du hier bleibst und nicht auf jeden Fall du musst mir immer ganz schnell mit ja oder nein antworten okay nein ähm gibt es eine größere Zahl als eins ja als zehn ja als hundert ja als tausend ja als zehntausend ja als hunderttausend ja als eine Million ja als eine Milliarde ja gibt es einen größeren Deppen als dich nein �로 es gibt also kein größeren Deppen als dich P Zara bis zu schlecht ist auf rein gefallen bei der dass der Schraube nicht gecheckt ne nicht ja das ist er war er mit um mit Loholus mit zu belustigen Nilo was kann man nicht mit der Uhr machen ich versuche es einfach mal ob man damit rechtlich machen kann oder so der Mann kommt was kann man recht zu reduzieren nee ging das nicht oder war das ein Wort keine Ahnung Prozent in der konnte man irgendwie mal durch die Wände gehen das weiß ich ja er genau dass man kann wissen nicht dass er auch fast teleportiert nein ist es nicht nicht nein ja was soll man sich in der Oben warum ich kein Bogen haben der Bogen ja so nützt mir jetzt aber nichts und das nach so ist ja nicht dessen ich soll ich jetzt errufe ich noch mal dazu auf ja so soll nämlich in deinen Kommentaren die deine Zuschauer die Pap das ist eigentlich ein ich will auch überhaupt keine Zuschauer doch nicht ja okay hinter der Vorsicht ja genau warum kann ich die nicht hauen ja Vorsicht weg 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 machen die da in der Mannschwert machen die Team was ist das für Eumel Rau habe ich eh keine Chance er hat er der Mannschwert ja super was soll man da machen ne das war so klar gut wir haben aber auch Team machen na und dabei macht das macht man nicht im Finale das langweilig das macht man ja nicht man na mal gucken was sie jetzt hier noch so machen die Langweiler so was kann ich echt nicht leiden gut ich ich schaue kurz meine Eltern sind kurz kurz nach Hause gekommen zu Hause gekommen ist ja du kannst auch kein deutsch wäre ja und wir gucken jedoch dass bis jetzt wirklich super spannende Finale und ich glaube zwar nicht dass das noch sehr spannend werden wird mit Steinschwert was können die eigentlich ja macht doch hin der jetzt was machen die nee warte heute noch hallo mit Bogo oder Ohn hat noch ein nicht volles Leben oh du armer Sprach macht hinner jetzt na endlich was können die eigentlich die können gar nix nix können die macht hinner heute noch das erste Mal dass es wirklich ein bisschen spannend wird ich sage der der Basinga gewinnt oh die Skellege immer und oh man ich hatte natürlich nicht recht naja typisch na egal der war eh so schlecht es war so langweilig das Finale noch aber egal kann man nix machen ich würde dann jetzt mal sagen tschüss bis zum nächsten Mal bye Musik Musik